Musik Hi Leute und herzlich willkommen bei TÜSY! TÜSY! Ja Leute, wir sind gerade dran, unser Rad der Hölle zu aktualisieren, ja? Aber uns fehlen einfach die Wettenideen, ja? Und deswegen dachten wir, wir machen jetzt mal ein Video, um euch auch ein bisschen so zu integrieren und vielleicht habt ihr einfach coole Einfälle und könnt uns ein paar coole Wetten drunter schreiben. Müssen aber natürlich, können es nicht so Wetten sein, wie Backpfeife oder sowas, weil es muss halt sowas sein, was man auch machen kann, ja? Genau. Was natürlich auch eklig ist oder so, ne? Oder halt auch eine Herausforderung ist, aber wo man halt auch lösbar ist, die Aufgabe. Weil so Sachen wie Food Spray oder die Unterhose oder die Nasendusche oder die Klammern, Zonk, Taurerbrille, ne? Mit den Zwiebeln war auch immer extrem geil. Sowas bleibt auf dem Rad, weil das ist einfach, fanden wir halt cool, ne? Hat sich etabliert. Genau, hat sich etabliert. Und wir haben jetzt für euch Leute den Vorschlag, falls ihr eine coole Wette habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn wir die Wette nehmen, ja, dann kommt die Wette hier auf das Rad der Hölle plus euer Name da drüber. Genau. Das ist, denke ich, das Allergeilste, oder? Wenn man da seine eigene Wette auf dem Rad der Hölle von diesem Schubisch bekommt, ja? Und ja, dann würde ich sagen, schreibt uns bitte eure Kommentare, also eure Wetten in die Kommentare rein. Wenn was Gutes dabei ist, übernehmen wir das. Dazu muss man sagen, Leute, es ist zwar jetzt schon nach 18 Uhr, wir versuchen das Video heute, Donnerstag, 1. Oktober noch online zu nehmen, weil wir morgen dann schon, wann alles klappt, ein neues Pack-Opening mit 12.000 Points am Start haben wollen. Und wenn alles klappt und alles gut läuft, und dann können wir vielleicht sogar eure Wetten schon für morgen, Freitag, dann integrieren. Und haut raus, Leute, schreibt es in die Kommentare, es gibt keine dummen Kommentare. Genau. Haut rein, wir entscheiden dann einfach. Simon hat schon gesagt, euer Name kommt auf das legendäre TZ-Rad der Hölle. Ich denke, geiler geht's nicht. Was gibt's für eine größere Ehre, als da drauf zu sein, oder? Gibt nichts Besseres. Definitiv geil. Schreibt rein, Leute. Ich würde sagen, ja, sehen wir uns am Samstag, Leute, kommt das Bronze Vager. Gegen den haben wir ja gespielt um 150 Euro, Leute, da könnt ihr auch gespannt sein. 18 Uhr, würde ich sagen, sind wir draus, schreibt uns eure Wetten. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.